Auch technologisch soll Corona bekämpft werden und zwar mit Hilfe einer App, die Nutzerinnen und Nutzer warnt, wenn sich einer der Kontakte im Nachhinein als Infizierte herausstellt. Doch es gibt Streit um die technische Ausrichtung. Bedeutet das das Aus-der-Warn-App, bevor sie überhaupt an den Start gehen kann? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Und Clixoom Science & Fiction gibt's jetzt auch als Podcast. Der Link ist unten in der Videobeschreibung unbedingt draufklicken, wenn ihr Clixoom unterwegs hören wollt. Also, viele europäische Forschungseinrichtungen und Firmen haben sich zusammengeschlossen, um die Corona-Pandemie auch technologisch zu bekämpfen. Das Projekt trägt den Namen PEPPT und das steht für Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Tracing meint dabei etwas anderes als Tracking. Zwar werden Kontakte verfolgt, aber eben nicht die Orte, an denen sie stattgefunden haben. Das heißt also, dass das Ganze ohne Standortdaten funktionieren soll. Auf Grundlage dieses Softwaregerüsts soll dann eine Warn-App programmiert werden, möglicherweise unterschiedliche nationale oder sogar auch mehrere Apps in einem und demselben Land. Solch eine Warn-App soll dann Infektionsketten nachverfolgen und Alarm geben, sobald sich ein Kontakt nachträglich als Infizierte herausstellt. Dabei werden auf dem eigenen Handy lediglich die ID´s der Smartphones gespeichert, in deren Nähe man sich in den letzten zwei oder drei Wochen befunden hat. Und auch auf den anderen Mobiltelefonen wird meine ID gespeichert. Sobald eine Kontaktperson, also auch ich, positiv getestet wird, werden die anderen gewarnt und sollen sich dann in Quarantäne begeben. Bei einer anderen Variante werden diese Daten aber nicht nur auf den Handys gespeichert, sondern auch zentral. Infektionsherde sollen so also in der Zeit nach dem Shutdown viel schneller erkannt werden. Denn nur so können Infektionsketten rechtzeitig unterbrochen werden und Infizierte identifiziert und isoliert werden. Eine gute Sache, um die Pandemie weiter in Schach zu halten, selbst wenn es weniger Beschränkungen gibt. Laut Plan auf der Prio-Liste ganz oben die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer. Denn die Anwendungen sollten auf jeden Fall mit den eher strengen europäischen Datenschutzregeln vereinbar sein. Bürgerinnen und Bürger sollen übrigens freiwillig entscheiden können, ob sie die App nutzen oder eben nicht. Die deutsche Politik hatte sich für diese Basis-Technologie des PEPPT ausgesprochen und damit allen anderen bereits existierenden Apps aus Singapur, Südkorea oder Österreich eine Absage erteilt. Anfangs war von einem Konsortium die Rede, das aus 130 Individuen und Institutionen besteht. Doch mittlerweile sind immer mehr Hauptakteure bei diesem geplanten europäischen Vorzeigeprojekt abgesprungen. Nicht mehr mit dabei sind das Helmholtz-Institut für Informationssicherheit, die Katholische Universität Leuven und die Turiner Forschungsstiftung ISI. Auch weitere Institutionen stehen mittlerweile nicht mehr hinter dem Projekt, das hauptsächlich von Christian Boos vom KI-Unternehmen Arago und Thomas Wiegand vom Heinrich-Herz-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft vorangetrieben wird. Es ist vor allem die technische Ausrichtung, um die heftig debattiert wird. Die große Frage hierbei lautet, soll das Konzept eben zentral oder dezentral gefahren werden? Bei der zentralen Lösung würden die anonymisierten und über Bluetooth ausgetauschten Kennungen der einzelnen App-Userinnen und User auf einem Server gespeichert werden. Betrieben werden könnte dieser vom Staat oder aber von einem Datentreuhänder. Im Gegensatz zu dieser zentralen Lösung würden bei einem dezentralen Konzept die IDs der Smartphones der Kontaktpersonen dezentral zwischen den jeweiligen Geräten ausgetauscht und verwaltet werden. Das setzt also nicht so viel Vertrauen voraus wie das zentrale System, denn die meisten Berechnungen werden direkt auf den Smartphones der Userinnen und User durchgeführt. Dem Projektverantwortlichen Hans-Christian Boos zufolge sei PEPPT offen für beide Konzepte. Doch auf der Webseite des Projektes fehlten plötzlich die Hinweise auf das dezentrale Protokoll DB3T und das ohne Begründung. Hans-Christian Boos hatte außerdem in einem Interview gesagt, dass er eine deutsche App mit einem zentralen Server priorisiert. Boos ist übrigens auch Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Die Kritiker und Kritikerinnen warnen davor, dass dieses Modell anfällig für einen systematischen Missbrauch sei und zudem heimlich ausgebaut werden könnte. Sprich, wir geben unsere Daten erstmalig einem zentralen Server preis. Was passiert dann in Zukunft damit? Wie kann Missbrauch ausgeschlossen werden? Stattdessen fordern 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem offenen Brief an alle Länder, dass der Anspruch sein sollte, die Privatsphäre durch das jeweilige Design zu garantieren und nicht durch das pure Vertrauen in die Betreiber. In dem offenen Brief heißt es unter anderem, dass eine solche Tracing-App auf jeden Fall freiwillig genutzt werden sollte. Außerdem sollten die Systeme nach Meinung der Fachleute so entwickelt werden, dass sie abgeschaltet und die Daten gelöscht werden können, sobald die Krise vorbei ist. Auch aus Deutschland haben 55 Fachleute diesen Brief unterschrieben, der sich zwischen den Zeilen wie eine Kritik an dem aktuellen Kurs vom PEPPT lesen lässt. Zudem weisen Kritiker und Kritikerinnen darauf hin, dass eine zentrale Speicherung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung widerspricht. Ein Grundsatz der Datenschutz-Grundverordnung in Artikel 5 Absatz 1c ist das Prinzip der Datensparsamkeit und Datenminimierung. Dieses Prinzip würde bei einer zentralen Lösung missachtet. Andere Fachleute geben aber zu bedenken, dass auch ein dezentrales System Schwächen aufweist. Denn hier müssen alle Geräte untereinander kommunizieren. Das hat die Folge, dass alle anderen Geräte die ID desjenigen kennen, der die Warnung verschickt hat. Derjenige also, der ganz sicher infiziert ist. Auch hier besteht die Gefahr, dass eine Datenlücke entstehen könnte. Und das auch noch bei besonders sensiblen Gesundheitsdaten. Andere Experten und Expertinnen sehen den aktuellen Streit nicht so eng. So zum Beispiel der KI-Forscher Paul Lukowicz in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Ob der zentrale oder dezentrale Ansatz gewählt wird, ist nicht so wichtig. Das ist eher ein philosophischer Streit wie die Frage nach Linux oder Windows. Er bezeichnet die Debatte als kontraproduktiv, bleibt nur zu hoffen, dass man sich schnell einig wird und den bestmöglichen Datenschutz gewährleistet. Zum einen damit die Corona-Warn-App schnell an den Start gehen kann und zum anderen damit unser aller Vertrauen in sie nicht schon vor dem eigentlichen Start verloren geht, was den Erfolg der App höchst fraglich macht. Denn mindestens 60 Prozent der Bevölkerung müssen sie nutzen, damit sie die Infektionsketten effektiv stoppen kann. Schlimmes Daten-Lag bei Facebook. Anklicken, anschauen und abonnieren. Und zwar klickst um Science & Fiction, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Bis dann. Bleibt dran.